Hallo, ich bin Katharina und ich zeige euch heute mein schnelles, einfaches und super leckeres Rezept für Hähnchen Caprese. Und wir brauchen wirklich ganz wenig Zutaten und es ist super lecker, versprochen. Also, weil es so schnell und einfach geht, lasst uns gleich mit den Zutaten anfangen. Ihr braucht Salz und Pfeffer, frischen Basilikum, Tomaten, Mozzarella, Knoblauch, ein bisschen Parmesan und gutes Olivenöl. Und das war's schon. Das heißt, wir können sofort anfangen und das allererste, was wir machen, ist den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und das nächste ist ein großer Spaß. Wir lassen unsere Aggression an diesem armen und entschuldigen Hühnchen aus. Lass uns damit anfangen. So, wir legen unsere Hühnchenbrust, die wir natürlich wie immer gewaschen und getrocknet haben, auf so ein Stück Frischhaltefolie. Packen noch mehr Frischhaltefolie drauf. Und dann nehmen wir ein Nudelholz und klopfen es so platt, dass es ungefähr nur noch 1 cm dick an der Stelle ist. So, das sollte reichen. Ihr seht, es ist ungefähr 1 cm dick. Okay. Und das Gleiche machen wir mit dem anderen Hähnchen. Und was wir vorher machen, ist, wir packen etwas Pfeffer und etwas Salz auf beide Seiten. Okay, jetzt haben wir all unsere Aggressionen an dem armen kleinen Hühnchen hier ausgelassen und können es jetzt dann auch noch in die heiße Pfanne werfen. Dazu gehen wir rüber in die Tüche. So, wir lassen das jetzt auf einer Seite braten, bis es, wie ihr hier seht, am Rand schon so leicht weiß wird. Das dauert so 1-2 Minuten und dann drehen wir das Ganze um. Es ist schön braun auf einer Seite und jetzt schlafen wir jetzt wieder 1-2 Minuten auf der anderen Seite drin. Okay, jetzt kommt unser Pesto-Teil für unser Hühnchen-Caprese. Und zwar machen wir eine Art Pesto. Wir nehmen hier unseren Bazitum, packen den einfach auf ein Brett. Dann nehmen wir unseren Moenblau, packen den auch dazu. Den haben wir schon mal ein bisschen vorgeschnippelt. Ein kleines Stückchen. Und jetzt hacken wir das Ganze zusammen. So, und das machen wir so lange, bis wir einen feinen Brei haben. Und jetzt packen wir das Ganze in eine Schüssel. So. Und vermixen wir es jetzt mit etwas Parmesan, Olivenöl und Salz. Also ihr seht, fast ein Pesto. Die Pinienkerne fehlen noch und es ist nicht ganz so fein. Aber das soll es auch nicht sein. So, gutes Olivenöl mit dem Salz. Seid irgendwie ein bisschen sparsam, weil wir haben den salzigen Käse, wir haben auch unser Hühnchen schon gesalzt. Auch ein bisschen durch rein. So, das Ganze vermeng ich jetzt einfach nur. Und stellt es beiseite. Denn jetzt packen wir es ganz auf unser Hähnchen dazu, holen wir es aus der Pfanne raus. So, jetzt packen wir es genug und wir packen es in eine kleine Auflaufform. So, jetzt sind alle unsere Einzelteile vorbereitet und jetzt machen wir die italienische Flage daraus. Nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, aber. So, wir machen jetzt unser Pesto, oder in Anführungsstrichen Pesto, auf unsere Hühnchenbrust raus. So, das geht dir jetzt nochmal gut bei Geschmack. Durch den Knoblauch und das Vasilykuchenbrust raus. Und dann legen wir unsere Tomaten drauf. So, und zuallerletzt kommt der Mozzarella raus. Und das war's. Und so geht es dann für 10 Minuten in den Ofen. So, unser Hühnchen ist jetzt aus dem Ofen wieder raus. Der Käse ist schön geschmolzen. Ich habe es nicht so lange drin gelassen, bis der Käse braun wird, weil ich es gerade schön finde, dass wir diese drei Farben aufrechterhalten. Dieses Grün, Rot und Weiß von der italienischen Flagge. Aber macht's, wie ihr es möchtet. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch so lecker schmeckt, wie es aussieht. Super lecker. Da war richtig schön saftig noch, das Hähnchen. Es war nicht zu lange drin. Wir haben es nur zu Ende gegart im Ofen. Dann dieser leckere Knoblauch-Basilikung-Beschmack. Und dann der geschmolzene Käse. Mh, mh, mh. Wirklich, wirklich lecker. Macht es nach. Das genaue Rezept findet ihr wie immer auf meiner Webseite, cookingneheartbeat.com. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!